Ein Neubau ist ein aufregendes und spannendes, aber gleichzeitig zeit- und planungsintensives Projekt. Um dabei nicht vor bösen Überraschungen eingeholt zu werden, ist die Wahl des richtigen Partners für Ihr individuelles Bauprojekt von besonderer Bedeutung. Dabei kommt es zudem darauf an, wie viel Eigenleistung Sie investieren können und möchten. Alles, was Sie sich nicht selbst zutrauen, kann durch kompetente Partner vorgenommen und erledigt werden. Wir erklären Ihnen, wie die Umsetzung Ihres Traumhauses gut, verlässlich und gleichzeitig kostengünstig funktionieren kann. Der Bau eines neuen Eigenheims kann eine durchaus aufregende Zeit werden. Viele Dinge sind schon im Vorfeld zu beachten. Manche Dinge lassen sich zudem nicht planen. Aber in der Regel bestehen drei Möglichkeiten, Ihr Traumhaus zu bauen. Die erste könnte sich anbieten, wenn Sie über handwerkliches Geschick und das passende Know-how verfügen. Denn dann können Sie viele Aufgaben in Eigenleistung erbringen und sind nur bei wenigen Ausnahmen auf Hilfe angewiesen. Zwar können Sie bei dieser Möglichkeit gewisse Kosten einsparen, müssen aber auch die notwendige Zeit aufbringen und zudem alles selbst organisieren. Bei sämtlichen Fragen rund um das Thema Haftung und Garantie übernehmen Sie zudem die Eigenverantwortung. Darüber hinaus sollten Sie nur Aufgaben im Haus erledigen, die Sie sich zutrauen, um größere Schäden zu vermeiden. Bauen Sie Ihr Haus hingegen gemeinsam mit einem kompetenten Architekten, können Sie auf dessen Expertise zurückgreifen. Während der Planungsphase übergeben Sie Ihre Ideen an den Architekten, der diese plant und umsetzt. Er hilft Ihnen bei der Beantragung der Baugenehmigung und steht Ihnen während der Bauphase zur Seite. Theoretisch sind Ihnen bei der Planung keinerlei Grenzen gesetzt. Der Architekt berät Sie auf jeden Fall über die Umsetzbarkeit Ihrer Pläne. Aber das lässt er sich selbstverständlich bezahlen. Daher sollten Sie diese zusätzlichen Kosten unbedingt einplanen, wenn Sie gemeinsam mit einem Architekten Ihr Bauvorhaben umsetzen möchten. Wer hingegen stressfrei bei der Planung und dem Bau seines Hauses bleiben möchte, kann und sollte die Möglichkeit eines Massivhauses in Erwägung ziehen. Dabei profitieren Sie nicht nur von der schlüsselfertigen Umsetzung des Projektes, sondern können auch auf regionale Partner vertrauen. Zum Gesamtpaket gehören auch Finanzierungslösungen, die Sie meist individuell auf Ihr Leben abstimmen können. Beim Bau mit einem Massivhausanbieter sind Sie zudem als Bauherr vor, während und auch nach der Bauphase mit einem Hausbauschutzbrief abgesichert. Manches ist trotz aller vorheriger Sorgfalt nicht planbar. Dann ist es manchmal gut, einen Partner an seiner Seite zu wissen, der einen trotz unfertigen Dachs nicht im Regen stehen lässt. Sie merken, leider gibt es keine pauschale Antwort darauf, auf welchem Weg Sie am besten zu Ihrem Neubau kommen. Wenn Sie noch weitere Informationen für Ihre Entscheidung benötigen, würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Dann haben Sie die Möglichkeit, sich immer wieder über neue und interessante Hausbauthemen zu informieren.